aus hier kommt mal mit das können sogar hinhauen warte mal wir setzen das jetzt dahin so ne kommt hier eine fabrik auch viel zu eng die braucht auch noch mehr platz nicht jedes ungünstig aber wir könnten nicht hier die sache hinbauen erweitern wir werden schon wieder angriffen also schon erledigt ok hier bitte einmal kurz das muster erweitern kann ich das jetzt ja baue bitte noch ein paar davon du dahin bäume weg also plan ist es jetzt dass das eisen und das kupfer hier hinzubringen und hier drüben am wasser ganz ohne muster wird da draht raus gemacht und stahl und das wird auf das innere fließband hier gelegt mal gucken weg weg ich brauche auf jeden fall noch eine fabrik es sieht komisch aus sehr komisch aus ist immer noch im weg sind es für komische räume die platzierung von denen ist ein bisschen anders so also du gehst macht die ganzen bäume weg sonst fand ich gleich mit der schrubflitter an so warum da und darunter so hier kannst du dir jetzt kupfer wegnehmen an der einen stelle aber so problematisch weil hier eine kurve hinkommt und da eine kurve hinkommt ist falsch rum so er ist jetzt ja weiter unten hin so du nimmst sich die da kupfer schnapp und der andere nimmt sich hier eisen du kannst nicht aus versehen kupfer in die schmiede reinschmeißen hier kannst du nicht das heißt kriegst ein halbes ärmchen so du machst stahl gut du machst draht gut du brauchst schnelle ärmchen du brauchst grünen chips ok das heißt wir müssen jetzt als nächstes die grünen chips von da oben uns klauen hier auf ein fließband packen und die nach da bringen wir werden schon wieder angriffen langsam ne fährt das auch los du schnappte da grünen chips du nimm dir da grünen chips so grünen chips kommen dann hast du jetzt alles richtig du hast draht du hast grünen chips du hast plastik du hast nur keinen platz wo die roten chips hin tust das heißt du tust die roten dinger bitte nicht in die große kiste ich glaube dass da reicht du ist das bitte da rein du tust das bitte da rein und so auf zwei reduzieren okay du brauchst jetzt stahl stahl kannst du doch einfach nehmen raum weg auch wenn das idyllisch aussieht so ein baum neben der fabrik aber nein baum weg so die hier fehlen jetzt nur noch grüne ärmchen wir nehmen also hier eine kiste die kiste bestellen wir auf zwei und er kommt von da oben kommen grüne ärmchen das heißt wir haben das ganze jetzt falsch herum aufgezogen wir haben zuerst die blauen tränke gemacht dann die roten chips jetzt sind wir an den grünen ärmchen dran und dann die blauen eigentlich hätten ja staunen sich jetzt langsam irgendwo die nö wieso staunen sich da keine ärmchen und sieht immer noch zu langsam auch jungs könnt ihr euch ein bisschen anstrengen hier so also irgendwann staunen sich da die ärmchen die ärmchen müssen jetzt nach da wo warte ich wollte eigentlich die normalen ärmchen auf das fließband hier tun also auf die stelle da ja das ist jetzt ungeschickt wie kriegen wir dann sonst grünen chips nach hier also das hier ist weg hier sollten die fließbänder hin nicht für euch so darauf sollen die so genau damit die nach da kommen so grünen chips wir können die grünen chips jetzt von da klauen mit mit intelligenten ärmchen oder mache ich hier eine 20 spurige autobahn das sieht echt cool aus sehr schön ja viele alternativen haben wir nicht mehr also was platz angeht ich denke ich klaue die wirklich da oben warum wir bitte ein intelligentes ärmchen das nimmt sich von da grünen chips dann brauchen wir wieder unterirdisches zeug was wir nicht mehr haben baue unterirdisches zeug von da nach da und du genau andersrum so ja okay einmal so da kommt jetzt die grünen chips die du brauchst also du kriegst grünen chips du kriegst das kupferdraht du kriegst plastik rote chips werden produziert rote chips werden zwischengelagert okay jetzt was fehlt für blaue ärmchen jetzt nicht veräppeln die vielen normale ärmchen da sind normale ärmchen warum nimmst du dir kein also weil keiner blaue ärmchen werden produziert blaue ärmchen werden aber nicht in eine kiste getan tun eine kiste beschränkt das so okay grüne ärmchen grüne ärmchen sollen da runter darauf okay das heißt wir machen hier für das bild das gar nicht benutzt wird was bestimmt tierisch viele leute aufregen wird aber okay das bild das nicht benutzt wird wird jetzt unterbrochen und da brauchen noch mehr davon brauchen wieder eisen ja wo ist so du wirst unterbrochen du gehst nach da und da kommt hier das durch du unterirdisch da es geht gar nicht ja okay machen was andersrum dann unterbricht das und das macht das nach da dann lass das da gerade durchlaufen so und und das erste automatisch produzierte blaue tränkchen kommt da an und das kriegt sogar seine richtig eigenes fließband kriegt es weg du noch da eigentlich bräuchten wir von der zweite fabrik das wird nämlich sehr haarig mit nur einer einzigen hellblauen fabrik machen wir das jetzt nun schon wieder ich bin mir nicht ganz sicher also ja okay den anschluss mit plastik und brauchen wir für da oben der muss so sein okay fällt mir jetzt ad hoc nichts ein und ich muss es unbedingt bekommen dass wir mit der forschung weitermachen also arbeite jetzt und wir werden später umbauen müssen also du fährst da lang da lang da lang gehst hier runter und dann parallel zu dem falsch so jetzt kommt da auf die blauen tränke an habe ich welche dabei ja schmeißt die da rein sofort gut noch einmal überprüfen sieht cool aus sieht sehr sehr cool aus hier unten müsste alles okay sein das war ja auch alles schon okay das einzige was wir nachgebaut haben also angebaut haben war das hier also gucken wir normale ärmchen werden produziert staunen sich irgendwann hier kommen auf das fließband gehen hier hin sammeln sich da zusammen mit den grünen chips um die beiden fabriken zu fördern die fabrik befüttert die kiste befüttert die fabrik die grünen wo kriegst du eisenplatten her eisenplatten kriegst du von da her die laufen hier einmal rum von der lebenslinie aus okay wo kriegst du grünen chips her von da wo kriegst du ärmchen her von da alles gut wieder ein angriff okay du bekommst blaue ärmchen von oben grünen chips von da alles gut grüne ärmchen laufen nach unten grüne ärmchen laufen da hin stahl bekommst du aus deiner eigenen stahlfabrik die befüttert wird von der lebenslinie draht bekommt die rote chipfabrik von der drahtfabrik die ebenfalls von der lebenslinie mit kupfer versorgt wird du bekommst die chips von oben alles staut sich nur auf zwei stacks ich sehe soweit keinen fehler drin also es sollte laufen ich habe jetzt nirgendwo irgendwas reingeschmissen nur damit es läuft und dann fällt mir ein zwei folgen später auf dass das dann alles nicht funktioniert so ähnlich wie bei den grünen tränken da waren das glaube ich insgesamt vier fehler gewesen aber das scheint zu laufen okay okay bau bitte davon welche was fehlt da jetzt blaue ärmchen eisen fehlt okay ich entlasse das system ein bisschen und sehr schön das eisen staut sich hier hinten wie sich stauen soll so 16 blaue tränke die forschung muss durch so also wir haben in dieser aufnahmesession geschafft das system da unten wieder umzubauen mit der wasserversorgung das läuft wesentlich besser der tank da unten ist voll der tank da ist voll der dreck wasser tank ist voll strom absolut kein problem momentan okay check wir haben hellblaue tränke nach einem doch recht langen zeitaufwand ebenfalls automatisiert aber es wird bei weitem nicht genug sein also selbst wenn wir das später zu einer gelben fabrik machen und wieder zwei speedmodule reinhauen wird das zu wenig sein das heißt wir werden das später irgendwie erweitern müssen ich wüsste jetzt ad hoc nur nicht wie oh doch wüsste ich wir machen aus diesem 2x2 komplex hier ein 2x3 komplex so lassen das fließband einfach hier rumlaufen setzen hier noch eine blaue fabrik drunter die zweite blaue fabrik die denn hier ist kann sich ebenfalls von kupfer und stahl von links bedienen das ding lassen wir einfach nach unten rumlaufen das heißt die fabrik hier kann sich dann ebenfalls von den sachen bedienen den einzigen haken den ich jetzt gerade sehe sind die roten chips aber roten chips könnten wir theoretisch mit einem langen ärmchen von da auf so ein fließband packen lassen das denn hier rum läuft ja also es wird dann noch wuseliger aber ich denke ich kriege das hin das heißt nicht so weg machen sonst verwirren wir die gerogen ja das kriegen wir dann auch hin dann hätten wir zwei blaue trankfabriken die wir dann auch auf gelb aufstufen und speedmodule geben genau wie die grünen hier die werden auch später aufgestuft zu gelb also momentan sieht es zwar so aus als hätten wir genug grüne tränke aber das kommt nur weil es durchgehend hier gestaut ist also gar nicht geforscht wird das dauert echt ewig lange das von hand herzustellen hier forsch so ok was machen wir in den nächsten folgen ich sollte überprüfen ob das abkühlen der lava wirklich funktioniert weil wir brauchen unbedingt bald mehr eisen also ich könnte natürlich einfach jetzt anfangen das da anzuzapfen und dann alles in die schmelzöfen packen und dann ist gut aber es ist halt nicht so super effektiv ich brauche mal ganz kurz kohle ich habe mir keine kohlepufferkiste das ist nicht gut gib mir so ich habe keine normalen Ärmchen wollt ihr mich veräppeln daran seid ihr schuld tränke weg 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 ich will meine Ärmchen haben da tu einfach da rein mitkommen ähm was wollte ich jetzt so genau so genau wir müssen uns darum kümmern dass wir flüssiges eisen bekommen damit es wesentlich effektiver ist dafür halt checken ob es mit dem abkühlen klappt mhm dann könnten wir das hier schon mal freiräumen also die ganzen bäume weg machen ruhig auch mit der schrotflinte und ich sollte forschungstechnisch in richtung combat shotgun gehen also allein weil es das roden einfacher macht aber auch wegen den beißern also allgemein wieder ein bisschen auf kampf sachen gehen ihr wolltet eigentlich hier kohle haben deswegen bin ich runtergelaufen so und ich habe dezent viele batterien dabei ich wollte wahrscheinlich die laser nun habe ich schon alle verbaut baumeerlasertürmer noch irgendwas für den giro in der zukunft mhm oh wir haben zu viel lubricant wir haben aber nicht genug schweres öl das ist okay also es staut sich da noch nichts leichtes öl staut sich das ist nicht gut das heißt wir müssten eventuell dann das leichte öl splitten haben wir das schon erforscht nein haben wir nicht kommt aber auch bald jetzt wo wir die hellblauen tränke herstellen können können wir auch damit bald anfangen dann können wir hier einen splitter reinbauen damit wir mehr petroleumgas bekommen sechs türme schießen roboter roboter werden demnächst auch nötig sein weil wir werden durchgehend angegriffen werden und die mauern kriegen jedes mal einen ticken schaden und irgendwann sind sie kaputt ich müsste jetzt eigentlich alle leichen aufgesammelt haben die leichen die spawnen anscheinend auch recht schnell das ist nicht so gut und mach mal eine dreifachmauer daraus wo wir gerade so dabei sind müsstet ihr immer noch rüberschießen können hoffe ich mal so ja das eisen sollten wir dann auch eigentlich einfach da oben anschließen ok kommt mit auf die liste für die nächsten folgen wir schnappen uns von da oben ganz viele fließbänder und liefern einfach von da auf das fließband rauf damit das fließband irgendwann mal durchgehend befüllt ist das war ja mal der plan gewesen deswegen hatte ich es so gut rum gebaut aber das schaffen die einfach nicht oh und eigentlich Produktivitätsmodule ja eigentlich ach ja du hast sogar schon einen hier ist auch noch welche macht nur wieder Smog ne M ja die Basis da schnüffelt das ist nicht gut also eventuell auch wieder auf die Bäume achten die Bäume da fällen die anderen Bäume hinsetzen und dann hoffen dass die Ausbildung nicht ganz so schlimm ist also ja viel zu tun aber ich fand das war recht produktiv die ganze Umbaugeschichte und die blauen Tränke vor allem sieht es cool aus und jetzt ist es wieder Zeit forschen 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 und Fehlerbehebung also auch jetzt so in einer halben Stunde ungefähr gucken ob bei den blauen Tränken wirklich alles so läuft wie es laufen sollte aber das gucken wir dann gleich bis denne auch bei den hauen da ja ich Vielen Dank.